Ja, ganz herzlich willkommen, neue Episode auf Schwark auf Weiß, Textproduktion im DST 2 oder wie hier im DST 1. Das ist ja ein Riesenthema, aber genau darum soll es heute gehen. Für mich die zwei wichtigsten Fragen jedes Jahr, wie kriege ich das Schreibtempo hoch, wie kriege ich die Quantität des Geschriebenen hoch und natürlich, und das setzt natürlich immer alles voraus, wie kriege ich die Schreibsicherheit auch des Schülers hoch. Erst im vierten Schritt geht es dann halt um noch mehr Umfang, noch mehr Kreativität und so weiter, aber man braucht halt ein gewisses gutes Denkgerüst zum Schreiben, gewisse Grundwerkzeuge und wie man die sich mit künstlicher Intelligenz und Curipod in kurzen, konzentrierenden Schreibphasen erarbeiten kann, darum soll es heute gehen. Bevor ich Ihnen Curipod und das technische Werkzeug für die KI zeige, hier nochmal das manuelle Werkzeug, was ich parallel also zu dem Curipod-Werkzeug im Unterricht verwende, das sind diese Kartenspiele, die ich mal entwickelt habe aus Schreibschablonen, die können Sie auf der Webpage zum Podcast, dstlepodcast.cl, sehr gerne herunterladen. Das ist eine Kennba-Datei, die können Sie dann auch gerne modifizieren, ändern, so wie Sie das gerne hätten. Es ist ein aus 17 Karten bestehendes Spiel, wobei eine, also die 18. nur das Deckblatt ist und dann haben Sie eine fünfteilige Einleitung, eine fünfteilige Wiedergabe, drei Schritte von meiner Erfahrung mit dem Thema zu zwei konkreten Kontrast und Pros oder Vorteil-Nachteil-Chancen-Risiken und dann ein dreischrittiges Ende, also eigene Position fixieren, Frage an den Leser stellen und dann sozusagen ein Abschied und ein Ende. Und das ist eigentlich das Grundgerüst, was ich den Schülern gerne vorgeben will. Das will ich Ihnen also gerne zeigen, wie das funktioniert und zwar allen, um dann die schwächere Schüler halt mit den schwächeren Schülern gewisse Sprachschatzlücken oder beziehungsweise Grammatiklücken zu füllen und starke Schüler halt dann ein bisschen mehr nach vorne zu landzahlen, ein bisschen weiter nach vorne zu bringen. Gut, aber wie funktioniert das letztendlich mit Currypott? Also die Funktion, um die es heute geht, die heißt bei Currypott also Personalized Feedback. Wenn Sie also ein Currypott, Ihre Currypott, Ihre Präsentation erstellen, dann müssten Sie in der entsprechenden Slide Personalized Feedback wählen. Und ja, so sieht das dann hier aus, wenn ich das starte, Textproduktion im DSD 1. Da sehen Sie es, nach jedem Slide bekommst du ein individualisiertes Feedback von der künstlichen Intelligenz. Du bekommst Tipps, was du an deinem Text noch verbessern kannst. Und wenn du etwas nicht verstehst, dann fragst du Michael. Und wenn wir jetzt hier rüber gehen und uns das wieder einfach im Computer angucken, dann sehen Sie, wir schreiben gegen die Uhr. Das ist ganz wichtig, also für die Einleitungsfolie, was ich Ihnen heute zeige. Da soll es jetzt nur darum gehen, um die Einleitung. Für diese Folie gebe ich vier Minuten Schreibzeit. Da schreiben die Schüler entweder in ihr Heft oder halt mit dem Handy. Und wenn Sie es mit dem Handy schreiben, geht es auch direkt hier in Currypott am Ende in den Projektor rein. Sie sehen hier schon Schülerprodukte. Das liegt daran, dass ich gerade auch wieder damit gearbeitet habe im Unterricht. Normalerweise würden Sie hier nichts sehen, sondern würde hier erst mal nur einen Timer herunterlaufen. Eben bei mir halt eben auf vier Minuten getrimmt. Wenn die vier Minuten vorbei sind, kriegen Sie dann also sofort die Schülertexte hier angezeigt. Und können also die Stärken und Schwächen und bestimmte Fehlermuster mit den Kindern sofort thematisieren. Sie sehen hier zum Beispiel, dass ich oben vorgebe, denke an den Perfekt in der Quelle. Das sind also die einleitungsspezifischen Anforderungen. Denke an den Perfekt in der Benennung der Quelle. Denke an die Konjugation der Modalwerben wollen oder mögen. Und stelle dem Leser auch eine themenrelevante Frage. So, und was haben wir jetzt hier zum Beispiel, liebe Freundinnen und Leser, alles Roger in Kambodscha. An was denkt ihr bei Handysucht auf unserer Schulwebsite? Haben vier Mitschüler ihre Erfahrungen publiziert? Also Sie sehen, hier gibt es stärkere Texte zum Beispiel. Ich mag zuerst die Ideen von jedem Schüler rekapitulieren. Dann können wir dann seine Positionen kontrastieren. Am Ende will ich über meine Meinung schreiben. Ja, also Sie sehen, dass die auf ganz unterschiedlichen Niveaus hier sind. Aber das ist ja das, was wir eben wollen. Wir wollen, dass die Kinder versuchen zu schreiben. Wir wollen, dass sie aus sich rausgehen. Und wir wollen, dass sie Fehler machen. So, also in vier Minuten entstehen solche Texte. Ich zeige Ihnen das jetzt nochmal hier am Computer, weil ich kann, ich habe keine Touchtafel leider. Also ich muss hier dann im Computer immer scrollen. Und Sie sehen, was hier passiert. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn Schüler, die hier geschrieben haben. Und das sind beachtliche Absätze. Das sind komplette Einleitungen. Und wenn ich Ihnen jetzt sage, dass ich diese Übung insgesamt fünfmal heute in 45 Minuten gemacht habe, und das ist gar nicht das Einzige, was wir gemacht haben. Das heißt also, ungefähr jeder Schüler hat fünfmal diese Texte geschrieben und produziert zu verschiedenen Themen. Ja, und jeweils stärker oder schwächer abgeschnitten, aber hat die Strukturen praktisch eingesetzt. Normalerweise mache ich das als kleine Übung. Heute ging es nur um Einleitungsschreiben. Aber ich mache das manchmal auch mit kompletten Textproduktionen. Indem ich dann meinetwegen vier oder fünf Folien programmiere bei CookiePot. Für die Einleitung gebe ich meistens vier Minuten. Für das Lesen und die Wiedergabe mache ich dann eine Folie mit intelligentem, mit personalisiertem Feedback. Da gebe ich circa zwölf bis vierzehn Minuten. Ja, und so können Sie das im Prinzip durchschreiben lassen und tatsächlich richtig gut trainieren. Eine andere Chance, die Sie natürlich haben, ist, dass Sie durchaus für stärkere Schüler oder schwächere Schüler auch mal hinter der Tafel arbeiten lassen können, zeitgleich. Und am Ende abgleichen können eine andere Möglichkeit, die ich sehr oft heute nicht, aber sehr oft gerne mache, ist, dass ich an den Tafelseiten differenziere. Das ist jetzt aber eine Differenzierung für eine andere Klasse dort oben. Aber da können Sie dann zum Beispiel schon interessantere, schwierigere Präpositionalverben und so weiter oben anschreiben, dass die starken Schüler schon andere Strukturen einsetzen, während die schwachen Schüler noch mit den entsprechenden Kartenspielen hier weiterüben. Also Sie haben durch diese Tools zum Beispiel hier, durch Curipod und durch diese schnellen Prozesse, sehen Sie, gucken Sie, im klassischen Unterricht würde ich all diese Texte erst sehen, wenn die Schüler längst weg sind. Und heute konnte ich mit den Schülern aber in jedem Durchgang drei bis fünf der geschriebenen Texte kurz durchlesen lassen, überprüfen und mit den Schülern debattieren. Das alles ist passiert in 45 Minuten plus fünfmal das, was Sie hier in diesem Screen sehen, weil das war ja nur eine Runde und zwar die letzte, wo die Schüler das geschrieben haben. Also und da will ich jetzt einfach nochmal schnell an den Anfang einfach dieser Episode anknüpfen. Also ich halte wirklich künstliche Intelligenz und überhaupt Curipod für ein sehr wirkmächtiges Werkzeug, schnell ins Arbeiten zu kommen, konzentriert zu arbeiten, Schreibprozesse anzustrengen, ja Quantität zu erzeugen, Fehlermuster zu identifizieren, gemeinsam mit dem Schüler zu korrigieren, schnelleres, interessanteres Feedback zu geben. Ja und jetzt können Sie sich natürlich am Ende noch die Frage stellen, wo ist nun die AI, wo ist nun die künstliche Intelligenz, das ist ja nun alles hier nur schöner Technik-Klamauk, aber keine KI, aber doch da ist eben auch KI mit dabei, weil wenn Sie bei Curipod in der Folie programmieren auf Personalized Feedback, dann bekommt der Schüler, wenn er einen dieser Texte dort praktisch fertigstellt auf dem Handy und sozusagen überträgt, dann bekommt er so eine Meldung hier auf sein Handy von der AI. Momentan geht das nur Englisch, finde ich persönlich aber jetzt in der Oberstufe nicht so schlimm, kann man gerne darüber streiten. Kommen Sie auf dst.podcast.cl und schreiben Sie mir in die Kommentare zu dieser Episode hier, ob Sie das nicht einsetzen würden, weil die KI momentan bei Curipod nur Englisch funktioniert. Also ich sehe da jetzt für mich erstmal keinen Grund, es nicht zu tun, aber Sie sehen hier, wie es also aussieht. Great work. Hat jetzt dieser Schüler hier bekommen, was hat er geschrieben? Hallo ihr alle an der Schule, alles cool in Liverpool, an was denkt ihr bei Handysucht? In einem Blog haben viele Mitschüler diskutiert. Ich mag zuerst die Ideen von jedem, von jedes Schüler rekapitulieren, dann seine Positionen kontrastieren. Am Ende will ich über meine Meichnung, also ach, hier hat sie mir in C reingerutscht, das war sicherlich ein Tippfehler, schreiben. Gut, und jetzt schreibt die KI hier zurück, also oben drüber hat sie gesetzt great work, dann hat sie seinen Kommentar abgebildet und unten drunter steht great job with your write. Und das ist jetzt alles KI erzeugt, also da hat nichts Michael gemacht, das ist praktisch KI. Great job with your writing. One important thing to note is that when you're referring to a source, in this case the blog where your fellow students debated about cell phone addiction, it's important to correctly identify the verb tense. Instead of saying haben diskutiert, which is simple past tense, nicht ganz korrekt, aber you might want to, und das ist jetzt weiter abgeschnitten, weil das ein Screenshot aus meinem Handy ist. Ja, aber der ist ungefähr doppelt so lang, der Kommentar der KI und er hat hier tatsächlich also sehr gute, einfache, aber gute, einfallsreiche Synonyme für diese Partizipialstruktur, haben diskutiert gegeben und noch ein, zwei andere gute Tipps. Also, die Qualität, und das haben auch die Schüler heute festgestellt nochmal, die Qualität des Feedbacks der KI ist sensationell und eine super Entlastung für Sie als Lehrer, eine super Entlastung. Und wenn die Schüler dann zu Ihnen kommen und Sie was fragen, das ist ein anderer Seiteneffekt dieser Strategie, dann sind die Fragen oft schon viel konkreter und die können Sie viel schneller beantworten oder kommen Sie viel schneller zum Punkt und sind dann schon wieder auch viel schneller. Und darum geht es ja auch beim nächsten Schüler. Ja, also ich bin bei zehn Minuten und ich möchte wirklich immer kurze, hilfreiche oder zumindest aufrüttelnde oder interessierende Episoden machen. In diesem Sinne soll es dabei bleiben. Denken Sie daran, dass Sie diesen Podcast nur auf Spotify auf Video bekommen, also in Bild und Ton, auf Apple, Google und so weiter, nur als normalen Audio-Podcast. Ich würde mich freuen, wenn Sie abonnieren oder das Ihren Kollegen empfehlen, die sich eventuell dafür interessieren konnten und wünsche Ihnen und Ihren Familien wie immer alles Gute, viel Gesundheit, haben Sie einen guten Start in die Woche, viel Spaß im Klassenraum mit Ihren Schülern und hoffentlich hören und sehen wir uns auch beim nächsten Mal wieder. Alles Gute und ciao! Ciao!